Und zwar schreibt er heute, Herr Lukas hatte gestern im Stream noch ein paar Fragen hinterhergeschickt, kurz vor dem Ende und heute eine Nachricht geschrieben. Also das kurz der Hinweis an euch, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, dann gerne hier in diesen Livestreams, weil diese Livestreams mache ich für euch, dass ihr hier Fragen stellt und ihr aus meiner Perspektive heute dann die dazu passenden Antworten bekommt. Einfach, dass ihr eine Inspiration bekommt, eine Anleitung, eine Ausrichtung, dass eure Fragen einfach mal so ein bisschen Beachtung auch finden, weil das im Alltag ja meistens auch doch stark untergeht. Und wenn ihr den persönlichen Kontakt suchen wollt, geht er auf die Kanal hier oder Videobeschreibung, da findet ihr in der Regel immer alle wichtigen Kontaktquellen. Da müsst ihr euch mal mit einem Klick nach unten begeben. Und er schreibt weiter, zu dem wollte ich noch hinzufügen, zu dem was er geschrieben hatte, habe auch seitdem das angefangen hat, Ohrrauschen, Kopfsausen, Tinnitus. Ah, okay, seitdem das angefangen hat. HNO sagt, er kann nichts feststellen, ich habe aber permanent Angst, bin benommen, wie weggetreten, alles ist unreal. 24-7 ist mein Kopf bei diesem Thema und auch bei diesen Symptomen und es lässt mich nicht mehr los und das macht mich fertig. Der Punkt ist der, ein bisschen Hintergrundinfo gebe ich euch jetzt gerade an der Stelle noch. Das finde ich ganz wichtig, dass man einmal auch die ärztliche diagnostische Abklärung eingeht, sage ich ja immer wieder ganz gerne. Und wir wissen bei dem Zuschauer aus den letzten Livestreams und aus der Nachricht, die man noch geschickt hatte, dass vieles abgeklärt wurde über die Basisabklärung hinaus. Ist auch absolut in Ordnung, wenn du zum Arzt gehst, der sagt, okay, wir machen das, 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 geht mit. Da sollte man ja auch nicht sagen, nee, also da hat irgend so ein Fazke im Internet gesagt, ich muss nur Vitamin D6 überprüfen und wenn das in Ordnung ist, dann ist es das nicht. Nein, nein, also orientiert euch da bitte an eurem Hausarzt, der dann sagt, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Wenn der Arzt euch aber auch sieht, das ist ja auch eine Frage hier in den Streams, was mache ich denn, wenn der Arzt sagt, ich bin gesund, aber ich habe das Gefühl, ich müsste noch immer, immer mehr machen, um diese Abklärung zu bekommen, dann dürft ihr euch halt auch lernen, ein bisschen selber zu bremsen. So, jetzt hat der Zuschauer einige Sachen noch mehr abgeklärt und gefragt, ob ich vielleicht noch mehr wissen möchte, beziehungsweise er hat den Wunsch oder die Hoffnung, dass ich jetzt mit diesen Mehrinformationen mehr anfangen kann. Und der Punkt ist tatsächlich ganz interessant folgender. Wenn ihr jetzt, stellt euch mal vor, ihr seid beim Arzt, ihr habt so eine typische Panikattackengeschichte und lasst einfach viel abklären. Was kann man alles abklären lassen? Ihr geht ja erstmal zum Arzt und sagt, ich kriege manchmal schlecht Luft, ich bin innerlich so unruhig, dann würde der Hausarzt erstmal hingehen, guckt dich an und sagt, okay, nehmen wir mal Blut ab. Blutdruck können wir mal messen, wir können mal Puls machen, soweit okay. Dann geht der Hausarzt vielleicht noch hin, wenn er da Bock drauf hat und macht ein EKG, vielleicht sogar noch ein Belastungs-EKG obendrauf. Und je nachdem, welches Alter, welches Geschlecht, welcher körperliche Zustand du hast, würde er dann vielleicht auch sagen, okay, siehst du gut aus, brauchen wir nichts weiter zu machen oder schick dich halt weiter. Dann typischerweise erstmal Kardiologie, dass er sich das Herz mal anschaut. Vielleicht ein Lungenfacharzt, wenn du über so eine subjektive Luftnot die ganze Zeit dann auch Beschwerden hattest. Und das war es dann eigentlich schon. Und dann gibt es manchmal noch so die Fälle, wo die Leute dann auch mal zum Neurologen geschickt werden oder dann zum Psychiater geschickt werden. Aber das ist so der Kern. Dann hier Schwindelsymptomatik, dann auch ganz gerne nochmal Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Und der Punkt ist der, da kommt nachher so eine Mappe beim Arzt zustande, wo die ganzen Befunde reinkommen. Die ja im Prinzip aber bei euch in den meisten Fällen zeigen, hat nichts, ist gesund, kann wieder nach Hause gehen, frei für die Arbeit. Jetzt stell dir mal vor, du müsst deinen Ausarzt wechseln. Dann würde im Zweifel dem neuen Hausarzt oder dir der ganze Befundpacken in die Hand gegeben werden, damit du die beim neuen Hausarzt positionieren kannst. Theoretisch werden aber die allermeisten von euch gar nichts mitnehmen müssen, weil es ist zwar viel diagnostiziert, aber es ist ja nie was bei rausgekommen. Es gibt also keinen relevanten Untersuchungsbefund, der jetzt im Interesse des neuen Hausarztes ist. Natürlich, wenn der fragt, wurde das schon gemacht, dann weißt du ja auch, ja wurde gemacht, ja wurde gemacht, ja Schildschuße haben uns auch angeschaut. Aber du brauchst eigentlich nichts mitzunehmen. Das heißt, wenn ihr mich, jetzt mal so gesprochen, immer weiter mit Informationen versorgt, Blutbild war in Ordnung, HNO, ich kann dir noch hier die Untersuchungsbefunde geben. Dann hier das erweiterte Differenzialblutbild, also das große Blutbild. Dann hier Schwindelprovokationstest bei HNO, Morbus Meniere wurde ausgeschlossen. Es entsteht auch überall drin, dass du nichts hast und es würde tatsächlich an meiner Empfehlung, was ich dir empfehlen würde, jetzt zu machen, nichts ändern. Und deshalb versuche ich die Leute dann noch ein bisschen auszubremsen, weil wenn du dann noch zur Neurologie und zur Psychiatrie und zur HNO und dann da noch hin rennst, zum Gastro und dann machst du vielleicht noch einen anderen Heilpraktiker oben drauf, dann gehst du noch zum. Ihr könnt noch so viele Informationen mit reinbringen, es würde an meiner Empfehlung, wie ihr da wieder rauskommt, tatsächlich nichts verändern. Ganz selten hat man natürlich mal, dass dann ein Arzt sagt, sie haben da das und das und dann musst du das halt behandeln lassen. Aber das hat ja dann auch nicht mehr viel mit einem psychotherapeutischen Prozess zu tun. Das ist ein wichtiger Punkt. Deshalb versucht eure Diagnostik auf ein letztlich empfohlenes Optimum zu beschränken. Das bestimmt der Hausarzt, das bestimmst nicht du und das sollte auch nicht ich bestimmen. Ihr könnt mich gerne um Rat fragen, klar. Aber letztlich werde ich immer so ein bisschen eher fragen, was hat dir denn der Arzt empfohlen? Ja komm, dann lass doch erstmal die Linie fahren. Und dann entsprechend auch eben nicht. Also was ihr beachten müsst, im Zweifel werdet ihr über das sogenannte Ärzte-Hopping eher im Außen versuchen, einen Befund zu finden, der euch endlich erklärt, warum ihr die Probleme habt, anstatt hier auf der eigenen mentalen Ebene herauszuarbeiten, was könnte eure aktuelle Konditionierung und vor allen Dingen Trainingszustand sein, weshalb ihr immer wieder die gleichen Symptome erlebt. Ich empfehle hier, der Kevin wird es bestimmt schon gesehen haben, das allerwichtigste Video, was die wichtigsten Basics mit drin hat. Auch bei der Frage in die Richtung, ist es was körperlich oder ist es vielleicht doch etwas psychisches. Alleine schon die Frage danach, wie oft bist du mit deiner Aufmerksamkeit auf den negativen Inhalten, ist in der Regel schon die Antwort darauf, wo man sagt, okay, wenn du sowieso die ganze Zeit da rumschleifst, da müssen wir auf jeden Fall erstmal dran. Und darum kümmern wir uns dann.